Bei dem Unfall davor, da ist jemand verletzt worden. Ach ja? Eine Frau, sie ist tot. Oh mein Gott, kannst du sie sehen? Ja. Wo ist sie? Sie steht direkt neben meinem Fenster. Liebling, wieso zitterst du so? Cole, was ist denn? Hast du das deiner Mutter schon mal erzählt? Das erzähle ich ihr nicht. Wieso nicht? Weil sie mich nicht so ansieht wie die anderen. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass sie es weiß. Was? Ich sehe tote Menschen. Sie laufen durch die Gegend wie normale Menschen. Ich sehe nichts. Bist du sicher, dass sie da sind? Manchmal spürst du es in dir, als ob du ganz schnell runterfallen würdest. Kennen Sie dieses Kribbeln im Nacken? Ja. Das kommt von denen. Wenn sie böse sind, dann wird das kalt. Wie oft siehst du sie? Ich sehe sie immer. Sie sind überall. Sie wollen von mir, dass ich was für sie mache. Ich glaube, dass du einer von den ganz wenigen Menschen bist, die sie sehen können. Also musst du ihnen helfen. Und wenn sie keine Hilfe wollen? Ich glaube schon, dass sie Hilfe wollen. Und wie können sie da sicher sein? Ist da jemand? Ich versuche es.